Was tun, wenn du Ü40 bist, Single bist, dir noch Familie wünscht, aber dafür nicht den richtigen Partner findest? Macht es noch Sinn für dich? Solltest du noch überhaupt die Idee haben, eine eigene Familie zu gründen oder ist der Zug für dich abgefahren? Das will ich in diesem Video mal für dich klären. Die wichtigste Sache zuerst, nein, es ist noch nicht zu spät, über Familiengründung nachzudenken, wenn du jetzt handelst und die richtige Partnerin dafür findest. Wir haben das ganz oft schon gehört, man war lange in einer Beziehung, da hat es nicht hingehauen mit eigenen Kindern aus diversen Gründen. Jetzt ist er nochmal Single, jetzt wünscht er sich eine neue Beziehung und er stellt sich die Frage, macht es noch Sinn, überhaupt an Kinder zu denken? Dann höre ich oft diesen Satz, ja, das mache ich dann von der potenziellen Partnerin abhängig. Das halte ich aber ehrlich gesagt für nicht sinnvoll, weil wenn du jetzt mal dein Leben betrachtest auf die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre und du hast wahrscheinlich noch 30, 40 gute Jahre vor dir bei einem normalen Lebensstil, denk auch mal an diese Zeit dann. Was willst du, wenn du wirklich alt bist, dann noch machen? Wirst du dann noch von Kindern besucht? Interessiert sich dann noch jemand für dich oder wirst du dann einfach nur alt? Es wird einfach immer nur noch einsamer und am Ende des Tages siehst du dich irgendwo in einem Altenheim. Keiner besucht dich mehr, die Leute, mit denen du dich vielleicht noch angefreundet hast, sterben irgendwann alle und das klingt alles nicht so geil. Auch warum hast du dich dann so aufgearbeitet die letzten Jahre im Job? Du hast wahrscheinlich dir einiges aufgebaut, du hast dir einen guten Lebensstandard ermöglicht. Ja, wohin mit dem ganzen Zeug? Du kannst es ja nicht mitnehmen. Dementsprechend stehst du zu einem Scheideweg, wo du sagst, okay, wie sollen die nächsten nicht nur 2, 3, sondern 10, 20, 30 Jahre denn verlaufen? Und wenn da in dir tief drin der Wunsch ist nach einer eigenen Familie, nach einem Nachfolger, nach jemanden, dem du was hinterlassen kannst, Kindern, denen du ein Leben ermöglichen kannst, dann solltest du alles in die Waagschale werfen und dafür die richtige Partnerin finden. Denn in meinen Augen gibt es nichts Schlimmeres, als irgendwann zu bereuen, dass man irgendwas, was einem sehr, sehr wichtig war, nicht mit 100%iger Hingabe versucht hat zu erfüllen. Und ja, auch Mitte 40 kannst du noch eine Partnerin finden, die mit dir Lust hat auf gemeinsame Familiengründung. Was ist dafür zu beachten? Naja, dass du als Angler, der sich die richtige Partnerin wünscht, im richtigen Teich unterwegs bist, um da die richtige Partnerin rauszufischen. Das heißt, du solltest an den Ort gehen, wo du auf alle Fälle hauptsächlich auf Frauen triffst, die auch eigene Kinder, eigene Familie haben wollen. Die auch sagen, mir ist es wichtig, dass mein Partner verlässlich ist. Mir macht es auch nichts aus, wenn der mal 5, 6 oder 10 Jahre älter ist als ich. Dafür haben wir den perfekten Ort geschaffen. Hier bei Partnerinstitut kannst du über unsere Partnervermittlung Frauen kennenlernen, die erstens an einer langfristigen Beziehung interessiert sind und zweitens auch eigene Kinder, eigene Familie haben wollen, die auch den Wunsch haben, sich mit ihrem Partner etwas aufzubauen, um dann eine eigene Familie zu gründen. Und da bist du definitiv noch nicht so alt dafür. Da bist du definitiv an der richtigen Adresse. Weil schau her, was hast du für Optionen? Du kannst auf der einen Seite sagen, ja, ich lerne halt eine kennen. Wenn es mit der ein schönes Leben gibt, dann lebe ich halt mit der so vor mich hin, gehe vielleicht auf Reisen und so weiter. Das kann alles ganz nett sein. Aber du wirst immer im Hinterkopf haben, hätte ich es nicht doch nochmal probieren sollen. Hätte ich es doch nochmal versuchen sollen, eine zu finden, mit der ich wirklich dieses Projekt nicht nur angehen, sondern auch verwirklichen kann. Und es gibt, wenn du es langfristig betrachtest, nichts Schöneres, als von den eigenen Kindern besucht zu werden, wenn sich die für dich noch weiterhin interessieren, wenn du am Ball bleiben kannst, wenn du einen Grund hast, jung zu bleiben, weil da Kinder nachkommen, die wollen mit dir spielen. Irgendwann kommen Enkelkinder nach, die wollen auch mit dir Zeit verbringen. Dafür lohnt es sich, fit und gesund zu bleiben. Dafür lohnt es sich, weiterhin auf sich zu achten. Dafür lohnt es sich, weiterhin dafür zu sorgen, dass man noch 30, 40, 50 gute Jahre vor sich hat. Und dementsprechend ist es auch für dich dann der Weg, wo du dann sagen kannst, hey, da habe ich wirklich alles aus meinem Leben rausgeholt. Ich habe alles erreicht, was ich immer wollte. Ich nehme es halt jetzt einfach so, wie es kommt. Dann machst du da meiner Meinung nach einen großen Fehler. Und wir haben da auch schon viele Männer dabei begleitet. Der Christian zum Beispiel, der kam zu uns, der war 41 Jahre alt, der hat gesagt, Mensch, das hat nie wirklich hingehauen in einer Partnerschaft mit Kindern. Der hat mir vor ein paar Monaten ein Bild geschickt, wo seine Tochter drauf ist mit seiner Frau, wo sie den ersten gemeinsamen Urlaub waren. Der ist jetzt Mitte 40, der ist jetzt Papa, der hat eine wunderbare Tochter. Für den geht jetzt nochmal ein ganz anderes Leben los in seiner eigenen glücklichen Familie. Und so haben wir schon vielen, vielen Männern dabei geholfen, ihre Ziele noch zu verwirklichen, die eigene Familie wirklich noch zu gründen. Und wenn du da auch interessiert dran bist, dann geh mal auf unsere Homepage und schau dir an, wie wir das auch für dich möglich machen können, über unsere Vermittlung, dass du da Frauen kennenlernst, die noch an einer Familie interessiert sind, die du kennenlernen kannst und wo du dann auch die Richtige finden wirst für deine eigene Familie. Das wünsche ich mir für dich. Bis dahin, mach's gut. Deine Anja Glockner vom Partnerinstitut.